Meine Damen und Herren, es sind tatsächlich noch ein paar Bilder vom Klassentreffen, hier Dropbox, über Dropbox, Dropbox zugesendet worden. Ja, hochinteressant, wie sich die Menschen weiterentwickeln oder durch Krankheit oder Alter gekennzeichnet sind. Ich auch, sehen Sie ja. Aber jetzt ist schon etwas frisch noch, aber es wird schön. Jetzt kommen die Pointe des Tages, Klassentreffen hin oder her. Ja, heute ist ein Konzertbesuch geplant und da freue ich mich jetzt schon drauf. Alles andere ist Routine, aber der Konzertbesuch, der ist schon einzigartig, der wird einzigartig. Und da werde ich dann anschließend nochmal drüber berichten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Bewegung, gehen Sie raus, die Luft ist gut. Ernähren Sie sich nicht zu üppig und dann wird das Leben gut. In diesem Sinne, eine Minute ist erreicht. Schönen Abend noch.